Jo was geht ab Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, vorab, wir haben genau 4.50 Uhr, es ist schon Sonntag, um 12 Uhr muss ein Video kommen, eigentlich war das jetzt gar nicht geplant, aber es wird ein kurzes Statement kommen, warum sagen wir euch jetzt und auch vorab, warum bin ich hier mit Abdel das erste Mal, ihr wisst normalerweise, wenn sowas passiert, ich kenn meine Sachen alleine, ist aber eine Sache vorgefallen, die ich nicht so krass verfolgt habe, die mir Abdel erzählt hat und der auch ein bisschen mehr dazu sagt, kann, weil er auch in der Sache mit beteiligt war, der auch ein bisschen mitreden möchte, ist ja auch klar, ist mein Partner, er steht mir immer zur Seite und es ist eine Sache passiert, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf dieses Statement hinher, Beef und so weiter, es geht um eine Person, aber hier muss was gesagt werden, weil das ist kein Beef oder das ist kein, Khan hat das und das gemacht, es ist Fitna, er wird als Heuchler dargestellt, er wird als Dieb dargestellt und das ist meiner Meinung nach schon eine Grenze zu viel. Das Ding ist, es wurden auf TikTok von einem, wenn man ihn TikToker bezeichnen kann oder YouTuber, was auch immer, seit 10 Jahren macht er Videos und versucht sich hochzuziehen, immer wieder mit anderen und dieses Mal hat er mehrere Videos gegen mich gemacht und ihr wisst, wie es auf TikTok ist, es kann was viral gehen, die Leute hören nur A, hören nicht zu Ende, irgendwas wird erzählt, ihr wisst, wie oft Gerüchte über mich erzählt worden sind und jedes Mal musste ich mich immer wieder dann rechtfertigen, dann habt ihr mir erst geglaubt. Genau, und ich habe jetzt wieder keinen Bock, dass es wieder heißt, ey, Khan hat so und so gemacht, ich muss mich jetzt deswegen wieder rechtfertigen, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe. Guck mal, wir fassen uns kurz, es geht hier um einen Benfresh, ja, Überschrift, wo in Afrika, zeig uns mal wo, Kollege, deine Reichweite für sowas nutzen, ist echt unfair, wenn das wirklich stimmt, dann ziehe ich das zurück. Okay, was ist passiert? Wir haben einen Moneypool gestartet auf Paypal, ja, wir haben Spätten gesammelt, das war an Ramadan, so, das Ziel waren eigentlich 15.000 Euro, das habe ich kurz vor dem Tel Aviv-Gebet, also vor einem bestimmten Gebiet, was an Ramadan nachts betest. Das kann ich noch kurz davor sagen, also, das hat eigentlich komplett angefangen, jemand aus meiner Familie, engste Kreis, ist verstorben und ich habe mir dann gedacht, ich möchte, so macht man das bei uns, für diese Person einen Brunnen bauen oder eine Moschee und habe zu Khan gesagt, können wir zusammen irgendwie einen Moneypool. Ich habe den geöffnet und er hat mich halt unterstützt mit der Reichweite und es lief so gut, dass er dann gesagt hat, ey, ich möchte auch einen Moneypool machen für mich und meine Community, dass sie mitspenden können, weil jeder, der mitmacht, der wird, ob er verstirbt oder lebt, egal was da gemacht wird, immer mit teilhaben. Weil das Ziel waren halt 15.000 Euro für eine Moschee im Ausland und ich habe die Leute damit motiviert, ey, wenn ihr spenden tut und die, wenn ihr sterben solltet, ja, wenn die Leute in der Moschee beten, ihr bekommt immer wieder gute Tatten aufgeschrieben, ja, so, das ist das Wichtige. Erste Sache und wenn wir schon, oder er, wenn er schon so in diesem Glaube ist, er ist gläubig, es ist egal, was andere Sachen noch sind, aber denkt ihr wirklich, der würde keine Angst vor Gott haben, um das Geld von euch zu klauen. Aber warte, 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 die wissen ja nicht, um was es geht. So, wir hatten das Ziel mit 15.000, ich bin kurz beten gegangen, wieder rausgekommen nach einer Stunde, Ziel war erreicht, wir haben es auf 50.000 erhöht, wir kamen auf stolze 57.000 Euro, so. Was wurde mir unterstellt, ja, wir schauen uns das Video gemeinsam an und dann gehen wir auf die Punkte ein, Freunde, und dazu werden wir uns jetzt erstmal rechtfertigen, so. So, Leute, was geht ab, was geht ab, ihr kennt ja alle den YouTuber, ne, und er hat eine Spendenaktion gestartet, Leute, ich hab die ganze Zeit ein Auge drauf geworfen, ähm, ihr werdet auf jeden Fall geschockt sein. Erste Sache, warum geschockt? Sag doch Maschallah, oder sag doch, ey, super, 57.000, warum geschockt? Okay, warte, okay. Was er damit erzielt hat, ja, guck mal hier, also Ziel war 50.000 und er hat über 50.000 erzielt, ja, das ist ein YouTuber namens Khan Yawus. Natürlich kennt er mich nicht, dieses, wie hieß er nochmal, Khan Yawus, genau. Ja, sagt, keine Ahnung. Jedenfalls, Leute, steht da Spenden für einen Moscheebau, ja, für einen Moscheebau, da hab ich mir, ähm, eigentlich auch alles durchgelesen, ja, und auch gescreenshottet, aber leider find ich das nicht mehr, aber ich hoffe, dass der Typ sich mal äußern kann. Jedenfalls, ich bin kein Fan davon, auch diese ganze Plakate, was da draußen hängt mit Spenden an Afrika und bla bla bla, Digga, lass einfach Afrika in Ruhe, ihr macht das schon so lange und, ähm, in Afrika hat sich auch wirklich nichts geändert. Okay, erste Sache. Also, also animiert er gerade die Leute nicht mehr zu Spenden für Afrika, weil du nichts davon haltest. Weil diese Person sagt, ich halte nichts davon, sollen die anderen Leute aufhören. Oder was kann ich jetzt darunter verstehen? Lass die Leute doch machen, ob es ankommt oder nicht, ist im Endeffekt alles dahinter, also können wir nicht wissen. Aber lass die Leute doch mit der Intention da reingehen. Warum hältst du jetzt die Leute abzuspenden? So, also ich find's unnötig, dass immer mal wieder irgendwie Poster draußen stehen mit, ähm, Kinder, die irgendwie so einen, ne, Blähbauch haben und bla bla bla. Also ich find, das muss nicht sein. Das ist für mich quasi bloßstellen, ne, in der Hinsicht, das ist meine Meinung und lächerlich. So, und da hat der liebe, äh, Jawus gesagt, also gedacht, okay, ich, ähm, mach mal eine Spendenaktion für Afrika, weil er Afrika Moscheen braucht und weil sonst in Afrika auch gar keine Moscheen vorhanden sind, sowie auch keine Kirchen, ähm, also Afrika ist immer noch ein... Das hat das damit zu tun. Das hat das damit zu tun. In jedem Land gibt's Moscheen. In jedem Land und jedem Gott gibt's Moscheen. Und es ist auch nicht, es ist auch nicht die Rede nur von Moscheen, es ist die Rede von Brunnen, von Koran. Hättest du dir das mal, das, was du gescreenshottet hast, dir mal durchgelesen, dann würdest du lesen, dass da Waisenhäuser steht, Brunnen und unter anderem auch Moscheen. Weil mit 57.000 kannst du, Alhamdulillah, in Afrika mehr bauen als hier in Europa, weil in Europa ist sowas teuer. Im Kontinent und ich möchte aber gerne wissen, wo genau in Afrika, ähm, ihr das Geld ausgegeben habt. Also du hast auch keine Fakten auf den Tisch gebracht, du hast nur gesagt, okay, das ist dein Ziel. Da hab ich mir die Kommentare durchgelesen, ja, ich spende, ich spende, damit die Moscheen auch besser kennenlernen, damit die auch zu Allah finden und bla bla bla. Also, ähm, ich find's lächerlich. Warum? Weil ihr stellt Afrika so komplett falsch dar. Also, es gibt hier sehr viele Muslime, ne, ähm, in Afrika, ähm, auch in Ghana, ich komm aus Ghana, ne, und bis jetzt hab ich von deinen Spendenaktionen nichts gesehen. Und ich hab auch mitbekommen, dass du auch einen Laden eröffnet hast in Leverkusen, Shisha-Bar. Also, das ist... Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum man sowas erwähnen tut. So, wir hören weiter. Wirklich sehr, sehr komisch. Wo ist das Geld hin? Also, ich möchte sehen, ne, wenn ich spende, möchte ich sehen. Ich möchte Fakten sehen. Wo ist das Geld, ähm, 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 ja, ausgelegt worden? Was ist passiert mit dem Geld? Dein Projekt, was du da hattest hier mit, äh, Moschee. Ich möchte das sehen mit meinen Augen. Wo in Afrika aber? Afrika ist, wie gesagt, ein Konti. Wo in Afrika habt ihr, ähm, das gestartet? Und welche Leute kennst du in Afrika, dass du in Afrika eine Moschee bauen möchtest? Ich möchte Fakten, ich möchte sehen. Okay. Wer bist du, dass du das sehen möchtest? Hast du irgendeinen Euro reingespendet? Hast du irgendwas mit dem Pool zu tun gehabt? Hast du irgendwas mit den, äh, in Afrika mit den Moschee bauen oder mit den Brunnen bauen oder mit den Waisenhäusern? Hast du irgendwas mit denen zu tun gehabt? Sag mir das bitte. Hast du irgendwas damit zu tun gehabt? Weil dieses Ich brauchst du gar nicht zu machen. Die Community, die hat das Recht. Die Leute, die gespendet haben, die haben das Recht, ja. Die haben das Recht. Aber mit denen, hättest du das nachverfolgt, hat er schon geredet. Er hat vor einem Monat, ein und halb Monaten einen Post gemacht, dass er Probleme hatte mit Paypal. Wir reden um, also über 57.000 Euro, das sind keine 100 Euro, die kriegst du nicht. Warte, wir kommen darauf noch. Wir lassen es zu Ende hin. Wir kommen darauf noch. Ja, ich möchte sehen, weil ich finde das Respekt, dass du Afrika benutzt und Bilder reinmachst und guck mal da oben. Es ist eine Frechheit sowas. Wo ist das, Javi? Wo ist das? Das ist eine ehrenlose Aktion. Ich möchte sehen. Zeig uns. Zeig. Ich möchte sehen. Mich interessiert das auch. Wo ist das Geld? Wo habt ihr das? So, der erste Punkt ist, wisst ihr, was der Punkt ist? Die erste Sache ist, in dem Video wird klare Fitna betrieben. Warum? Weil angesprochen wird, dass ich eine Shisha-Bar nach dem Moneypool eröffnet habe, was eigentlich Monate danach war, aber ist egal. Das wird erwähnt. Es wird gestichelt. Wo ist das Geld? Wo ist die Moschee? Wo, wo, wo? Also, eine Frage an dich, Ben Freshman, lieber. Warum? Ich habe meine Instagram-DMs gecheckt. Ich bin auf deine Seite gegangen. Warum hast du mir nicht, also guck mal, wenn dich das so krass interessiert und wenn du so ein Achso-Ehrenmann bist, der immer alles klären will mit den Leuten. Komm, kämpfen, komm, wir klären das Wort. Dir geht es ja immer um eins gegen eins, immer um klärt das fair, komm, mach das so bla bla. Dir geht es immer darum. Warum hast du mir Nummer eins nicht geschrieben? Warum hast du nicht gesagt, yo, Khan, ich habe vielleicht gespendet oder ein paar Leute von mir, ich habe das mitverfolgt. Wo ist das Geld? Wo ist die Moschee? Wo kannst du dich bitte aufklären? Das haben die meisten gemacht. Warum hast du das nicht gemacht? Warum musst du ein TikTok-Video machen? Weil du ganz genau weißt, dass Bief mit mir viral geht. Warum musst du meinen Namen reinpacken auf TikTok? Weil du ganz genau weißt, ach ja, ich nutze das jetzt. Ich mache Fitna, damit das viral geht. In der Hoffnung. Die Kommentare haben wir uns auch durchgelesen, weißt du. Müssen wir jetzt nicht durchgehen. Durchzähliges Stichelereien mit Jama. Genau, der hat das und das gemacht. Da waren auch viele Kommentare, die gesagt haben, ey, was soll das? Du treibst gerade Fitna oder willst du das wissen? Oder es waren sogar Leute aus der eigenen Community da, die gesagt haben, er hat sogar schon uns gesagt, dass er Probleme hatte mit dem Money Pool. So, ich kläre euch aber jetzt nochmal ganz kurz auf, was Sache ist. So, wir haben ganze stolze 57.000 Euro eingesammelt. So, ist die erste Sache. Maschallah. Danke an jeden wirklich aus Herzen, der mitgemacht hat. Möge Allah euch alle reichlich damit belohnen. So, die erste Sache ist, mach erstmal ein Money Pool und sammle knapp 60.000 Euro und guck dann, was der nächste Step ist. Nicht mal, sammel Geld. Sammel Geld und in eine Summe, das heißt nicht, dass jemand, der 100 Euro bekommt. Die außerhalb des Rahmens ist. So, warte. Leute, die sich damit beschäftigen, wissen ganz genau, dass ein Money Pool mit solch einer Zahl, wir reden von über 10.000 Euro. Also, du kannst zu jeder Organisation gehen und fragen, wie kriege ich dieses Geld raus. Die sagen dir alle, ich sag euch, folgendes Problem. Wir wollten mit ANSA zusammenarbeiten, was dann wenig danach passiert. Also, wir haben sogar mit denen Kontakt gehabt, wir haben geschrieben. So, warte. ANSA International, ihr habt es mitbekommen, die wurden aufgelöst, die wurden gesperrt, was auch immer, du konntest kein Geld mehr überweisen. Warum? Weil, die Vermutung war, angeblich das und das und das. Ihr müsst wissen, bei Paypal, sobald du Geld spendest, und MashaAllah, Allah, Alhamdulillah, sobald du kommentierst, mit Zusammenhang mit dem Geld, was du spendest. Paypal hat immer den Anschein, dass das zusammen mit Terror eine Unterstützung ist. Deswegen ist es schwierig, diese Gelder zu verwalten. So, und wir wollten diese Summen dann woanders hin verschicken, dann hatten wir, glaube ich, noch Kontakt mit Al-Oma und die haben uns gesagt, ey, über 10.000 Euro könnt ihr nicht überweisen, weil das von Paypal eingefroren wird. Dann haben wir gesagt, okay, können wir das Stück für Stück überweisen. Meinen die, nein. Wenn du über 10.000 kommst, wird dein Konto eingefroren. Warum? Weil diese ganzen Kommentare mit MashaAllah und so weiter, weil das angeblich ein Zusammenhang mit Terror ist. Aber es hat auch was mit der Summe zu tun. Auch eine hohe Summe. Die achten natürlich darauf, ey, warum hat er so viel Geld drauf, was macht er damit, das wird sofort eingefroren. Al-Oma meinte selber, die sind seit einem Jahr über zwischen 10.000 und 15.000 Euro dran. Anwaltliche Schritte mussten die einleiten, um das Geld wiederzubekommen, weil das Paypal einfach einfriert. Zweite Sache, dann haben wir uns gedacht, ey, weißt du was, er zieht sich das Geld einfach auf sein Konto. Warte, warte, warte. Dann kam das zweite Problem. Dann ging es noch weiter. Erstmal hatte ich Zeit bis, glaube ich, Ende September. Dann stand da, Moneypools dürfen nicht mehr gemacht werden. Wenn du von deinem Moneypool-Konto das Geld nicht abhebst, das war ja durchgehend da drauf. Wird's gelöscht. Wird's gelöscht. Man hatte eine Frist und musste alles rausholen. Dann war die Frage, was mache ich jetzt? Ich kann das weder bei Paypal überweisen, noch kann ich das auf mein Geschäftskonto packen, weil ich dann die Hälfte versteuern muss. Kann ich ja nicht machen. Das wäre zu schade. Das Geld geht einfach flöten. So, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Letztendlich, was habe ich gemacht? Ich habe das Konto von jemandem aus meiner Familie genommen, das Privatkonto. Ich habe die ganze Summe überwiesen. Ich werde das jetzt auch nochmal gleich einblenden, weil an dem Tag habe ich auch Abdel angerufen. Ich so, ey, wie mache ich das? Wie kann ich vom Moneypool das ganze Geld rüberholen, auf mein Bankkonto beraten? Also wir haben uns nochmal mit dem Steuerberater von ihm oder von uns beraten und er meinte, mach das nicht auf dein Geschäftskonto, weil das Geld wird dann versteuert, leider. So wie wir das. Wir hatten das jetzt auch nicht erwartet bei Spenden, aber so ist das leider. Also hat er das auf dem Konto vom... Das Problem ist, du musst halt eine Organisation gründen, damit du irgendwie nichts versteuern musst oder sonstiges, ja? So, dann habe ich ein Privatkonto genommen. Es kann sogar sein, dass ich später noch Probleme bekommen sollte. Inschallah, ich hoffe nicht. Aber habe ich das ganze Geld rübergezogen. Das Geld ist bis heute noch da drauf. Ich gucke mal, wie ich euch das hier einblenden werde, wie ich euch das zeigen werde. So, das zu der Sache. Es ist ein Riesenakt, ein Riesenaufwand, diese Ummengen von Summen zu verschieben, zu versenden, zu verschicken, das zu verwalten. Das ist nicht so einfach. Ohne, dass du Probleme mit entweder Paypal bekommst, mit dem Finanzamt bekommst oder irgendjemand anderen, der sagt, ey, wie kann es sein, dass auf einmal 57.000 Euro auf dieses Konto überwiesen werden, ohne dass irgendein... Du kannst auch Spende reinschreiben, die werden dir trotzdem sagen, ja, kann nur ein Vorwand sein. Auf jeden Fall, was ist jetzt geplant? Ich bin in Kontakt mit meiner Moschee aus Langenfeld. Wir besprechen gerade und wir gucken, für was reicht das Geld? Für eine Moschee mit Koranschule, mit kleinen Brunnen, was auch immer. Wir planen das gerade. Das Ganze ist schon seit Wochen in Planung, was ihr aber nicht wisst, ja. Irgendwann, in ein paar Monaten, wird ein YouTube-Video kommen, wo wir alle zusammen, inshallah, nachhören. Irgendwo ist mir egal. Kann Afrika sein, kann da sein, kann da sein, wo wir hinfliegen werden, ja, in ein Land. Wenn das Ganze fertig gebaut ist, mit unserem Namen drauf, schreiben wir von mir aus Team Yavi, was auch immer, ja. Wir werden das Ganze verfilmen, ja. Man muss einfach nur ein bisschen Saber haben. Du willst wissen, wo das Geld ist, du willst wissen, was wir damit gemacht haben. Warte ein paar Monate, hab Saber. Und dann siehst du, was wir damit gemacht haben. Und wenn du so, wenn ich das so angreife, so kränkt, schreib ihm doch privat. Versuch doch irgendwie, ihn privat zu erreichen. Da brauchst du keinen TikTok zu machen und einen Drama zu machen, ey, wo ist das Geld oder sonst was. Als wäre es dein Geld. Das Traurige ist, du bist der Grund, warum viele Menschen unnötig in eine Sünde eingehen. Warum? Weil die durch dich, weil du die dazu verleidet hast. Die schreiben ja und die schreiben, ich hoffe, du kommst ins Höllenfeuer, die beleidigen mich von A bis Z. Wo ist das Geld, du ekelhafter? Hast schöne Shishawa damit finanziert. Du bist der Grund, warum diese Menschen in eine große Sünde eingehen, weil du Fitna betreibst. Jetzt zu dem Thema Shishawa. Das ist eigentlich unnötig, darüber zu reden, aber ich will das einmal gesagt haben. Der Junge macht schon seit Jahren YouTube. Er verdient Alhamdulillah gutes Geld durch euch und da sind wir euch auch dankbar. Und der Junge ist nicht verschwenderisch. Ich weiß, ob ihr das vielleicht gesehen habt, aber okay, er fährt ein schönes Auto. Da sind aber keine Ahnung, er trägt keine teure Uhr oder sonst was. Er legt sich immer Geld beiseite. Erstens für seine Familie und zweitens, um sich was aufzubauen. Wenn ein anderer YouTuber, ein großer YouTuber, ein deutscher YouTuber oder sonst was, irgendwas aufmacht oder einen Laden oder das, Friseur, heißt es, wow, ey, ey. Er macht eine Shishawa auf und direkt der Erste, der darauf nicht klarkommt, sagt, ja, er hat das Moscheegeld genommen. Ey, denkst du, der hat kein Geld dafür, eine Shishawa aufzumachen? Jetzt mal ernst. Die andere Frage... Ihr denkt nicht, ich, aber kostet 200.000 Euro oder so, ne? Die andere Frage ist, die andere Sache ist, ich will mich nicht gut darstellen lassen, weißt du, aber jemand, der mich verfolgt, der müsste doch wissen, dass wir wenigstens ein bisschen furcht haben vor Gott, weißt du, dass wir, wie kannst du sagen, dass wir 57.000, so, subhanallah, so eine Summe, dass wir die nehmen und eine Shishawa, wir sind doch nicht, Digga, das ist, das ist ein... Wofür beten wir, wofür machen, fasten wir, wofür, wenn wir das machen, alles, dann brauchen wir gar nicht zu machen, wenn wir sowas machen würden, das brauchen wir nicht. Was soll ich mit 57.000 machen? Wallah, ich will nicht so klingen, aber ich hoffe Koran, Gott sei Dank, ich bin... Geld ist nicht alles. Ich bin darauf nicht angewiesen, ich verdiene mein Geld und ich achte wirklich nicht mehr viel auf Geld, weil ich ganz genau weiß, was die wichtigen Dinge im Leben sind, worauf ich wirklich Wert legen muss, ja? Ich weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt wirklich deswegen war, aber so kommt es mir leider vor, weil du Shishawa sehr oft erwähnt hast in einem Spendenvideo. Es ist einfach nice. Genau. Er sieht, er sieht diese große Summe und... Er hat, alhamdulillah, auch andere Projekte, es kommen auch andere Sachen, hat auch investiert und das ist sein hart erarbeitetes Geld, was er gemacht hat, was er auch schon vorher gemacht hat, weil vorher hat ihn auch keiner gefragt, ey, warum fährst du jetzt ein 1063 oder sonst was? Da hättest du am liebsten auch, glaube ich, gesagt, von den Spenden, oder? Aber darüber braucht man nichts zu sagen, er hat seinen Laden selbstständig aufgebaut, er leitet den selber und er läuft auch gut und es sei ihm auch gegönnt. Was mit den Spenden ist, zeigt ihr euch selber, das Geld ist auf dem Konto immer noch. Ein paar Monate werde ich noch alles sehen. Wie gesagt, ist ein Plan. Wir machen mal mit dem zweiten Video weiter, ja, vorab erstmal das dazu, zum Thema Shisha Bar. Ja, Leute, ich denke mal, er hat das Video gesehen, aber ob er sich das so äußert, keine Ahnung, ob er Mann genug ist oder nicht, hier sieht die... Achso, Hauptsache zu den Leuten sprechen, ob er Mann genug ist, aber nicht Mann genug sein, um mir zu schreiben, okay. Hier nochmal, hier auf Instagram so flext er so... Was sind das für Sachen, hier auf Instagram? Darf der keine Story machen mit seiner Katze? Ist das flexen oder was? Was ist denn da drauf? Egal. ...dann hat er auf jeden Fall das bestätigt, dass er das Geld, was er erzählt hat, diese 57.000 plus, wirklich gespendet hat, beziehungsweise... Wisst ihr, was das Problem ist? Diese ach so schlauen Menschen. Wenn er sich dazu nicht äußert, dann hat er das Geld eingesteckt. Wisst ihr, warum er das sagt? Warte, wisst ihr, warum er das sagt? Er sagt es, weil er mich dazu verleiten will, er will mich sauer machen, dass ich darauf reagiere, was ich gerade tue, was ich muss, damit die Leute das nicht glauben, aber er will, dass ich darauf reagiere, er muss, ich muss darauf reagieren, damit er Reichweite bekommt, er braucht das, er braucht das. Er will die Leute anstiften, ey, er will nicht wissen, wo das Geld ist. Er muss darauf reagieren, bitt ihm das. Warte, er will nicht wissen, er will nicht wissen, wo das Geld ist, was ich damit gemacht habe, es ist scheißegal, er will es nicht wissen, er will Reichweite, er will Klicks, er will Klicks auf TikTok, alle auf TikTok, ihr kotzt mich an, Digga, ihr habt nichts anderes drauf, wer ist, egal, ja, sorry, aber ihr könnt nur Fitna machen, es ist nervt, es ist nervt, es ist nervt, es ist nervt, du kannst doch nicht ein Video machen, du kannst doch nicht zu einem Muslim sagen, Digga, der so viel tut, der versucht, was Gutes zu machen, du hast 60.000 in die Tasche gesteckt, weißt du, was du gerade überhaupt gesagt hast, Digga, 60.000 in die Tasche gesteckt, bist du behindert, bist du auf den Kopf gefallen oder was? Wenn du Reichweite generieren willst, dann stehe morgens auf, ich bin morgens aufgestanden, um 12 Uhr mittags bin ich losgefahren nach Frankfurt, mein Kurs, ich habe Videos gedreht, Digga, ich habe Schläge bekommen, ich wurde abgeschmissen mit Sachen, ich habe meine Videos zu Ende gedreht und habe Klicks gemacht, eine Million Aufrufe, ich war stolz auf dich, weil ich durchgefahren habe, Digga, aber du kannst doch nicht auf TikTok gehen, wie so ein komischer Vogel und sagen, ey, steck 60.000 in die Tasche, Digga, aber nein, das ist ein Zeichen für mich, von Meid, von Anerkennung, die haben nichts erreicht, nichts erreicht, wenn jemand erfolgreich ist, musst du sofort einen Grund suchen, der Junge hat 60.000 Euro, also knapp 60.000 Euro gesammelt mit seiner Community, um etwas Schönes zu machen, für sein nächstes Leben, ja, das interessiert dich ja wahrscheinlich nicht, weil dich interessiert einfach nur, wie kann ich ihn jetzt holen? Ihr seid gefangen in der Dunia, ihr seid gefangen, ihr wollt Fitna machen, ihr wollt jetzt, ihr wollt, dass die Leute zu euch kommen und sagen, ja, Mann, boah, mach weiter Beef, ihr seid gefangen. Genau, ich will das einmal sagen, die Leute, die jetzt immer noch nicht glauben, bitte, 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 schaut nicht unsere Videos, ähm, glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir, die meisten glauben uns, die wissen, wir sind real, wir sind keine Hunde. Aber ich sag das nur, weil ich möchte... Diese kleinen Kinder, die von denen manipuliert werden, ach, äh, äh. Und jetzt, wahrscheinlich, er wird's, wahrscheinlich jetzt, äh, hat er vorher gesagt, ich würde's rausnehmen, wenn's nicht stimmt, ne? Warum machst du das dann? Warum machst du dann so einen Fitna, so einen krassen Wirbel? Klicks. Also, schreib ihn doch privat. Klicks. Er kann dir sagen, Bruder, ich hab das so und so, oder so und so und so, ne? Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, noch vor paar Tagen hat mir ein Mädchen geschrieben, diese Screens werde ich einblenden, ich schwöre bei Gott, die meinte, ganz vernünftig, wir haben gespendet, wo ist das Geld, Wallah, ich hab dir ausführlich geschrieben, wo das Geld ist, jeder, der mir schreibt, der bekommt eine Antwort, das werde ich auch einblenden, ne? An die, die mir nicht glaubt, okay, wir machen erst mal weiter, egal. ... Moscheen in Afrika aufgebaut hat, wo genau in Afrika, ist bis jetzt immer noch unbekannt, der Typ hat das ja nicht bekannt gegeben, wo genau in Afrika, und der liebe Khan hat ja, nachdem er das gemacht hat, diese Spendenaktion, eine Shisha-Bar eröffnet, in Leverkusen, glaub ich, ja, Beverly Hills, was weiß ich, Shisha-Bar, ja, Beverly Hills, Beverly Spenisch-Nast 2, kommt alle vorbei, ja, es lohnt sich. ... und ist da Chef, und ich frag mich so, hä, also, wenn man wirklich, ähm, sowas startet, dann hat man auf jeden Fall keinen Kopf dafür, irgendwie noch ein Shisha-Bar zu eröffnen, und, ähm... Warum? Warum? Hä? Hä? Erstmal falsch informiert. Ich kann doch, ich kann doch Spenden sammeln, und kann das meiner Moschee übergeben, und die verwalten das, hä? Falsch informiert. Die Spenden hat der vor mehreren Monaten gesammelt, ja? Im April. So, Ramadan-Zeit. Da hatte der Kopf für sich selber, so, nichtmals, weil da kann ja jemand anderes, der auch Beef macht. Shisha-Bar wurde auch Probe eröffnet, so. Shisha-Bar kam später. Und warum keinen Kopf, Digga? Daran merkt man, dass du kein Geschäftsmann bist, und im Leben nichts erreichen wirst, weil ein Geschäftsmann schläft nicht. Er hat mehrere Projekte am Start. Anscheinend ist ja für ihn eine Shisha-Bar zu viel. Du weißt gar nicht, dass er, äh, oder wir andere Projekte noch gemacht haben, die er auch noch gleichzeitig macht. Er macht YouTube, das, 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 so. Da kommen noch ein paar Sachen, die ihr sehen werdet, aber, alles mit der Zeit, sabbe. Das mit den Spenden wird auch noch kommen. Wiss ich meine, weil das ist ein langer Prozess, Spenden, ähm, da muss man auch Kontakt aufbauen zu den Leuten, die da sind. Ja, genau, wenn du es schon sagst, das ist ein langer Prozess, warum wartest du dann nicht? Du weißt es doch, du sagst doch gerade selber. Kein Sabre. Idiot. Ja, egal. ...Moscheen gebaut werden, und, 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 und. Das sind so viele Fragen, Leute. Ja, ich habe das nur beobachtet, und jetzt denke ich mir so, es wird langsam eklig, weil, wo ist das Geld? 57.000 plus ist kein Kleingeld, Leute. Und das haben Leute gepostet, weil die Menschen ein Herz haben und denken, okay, ey, es geht um eine Moschee, ja, und mit sowas spielt man nicht. Und das ist ein Glauben, und ich, ich respektiere alle, ob du Christ bist, Buddhist, oder was weiß ich. Glaub an, was du glaubst. Ähm, jeder Mensch ist frei, und das soll auch genauso bleiben. Aber mich interessiert das, wenn Menschen spenden, ja, Menschen spenden aus einem Grund. Die wollen einen, also, sie wollen was Gutes tun, natürlich. Dich interessiert, du hast, du willst nur wissen, was mit dem Geld ist, um Fitna zu machen. Du willst das wissen, nicht was die Menschen denken. Dich interessiert das. Menschen weiterhelfen. Und du hast Afrika in den Mund genommen und meintest, dass ihr in Afrika eine Moschee bauen wollt, so. Und meine Frage ist, ja, wo genau habt ihr es gemacht? Ich möchte sehen, wo habt ihr was aufgebaut, ja. So, erste Sache. Ich hoffe, ich arbeite bei der Polizei, oder was? Erste Sache. Dann warte doch ein bisschen, oder frag mich doch. Afrika ist groß. Er ist Marokkaner, kann auch sein, dass Marokko gemeint ist, ist doch egal wo. Tunesien, Algerien, Ghana, andere Länder, wo die auch sowas kommen. Wie du gesagt hast, es ist ein langer Prozess, dann warte doch. Digst du, in ganz Afrika, überall, gibt es überall eine Moschee im Brunnen, oder sonst was? Wenn das so wäre, so wie du ja denkst. Da hätten wir ja keine Armut auf der Seite. Da würden wir ja gar keine Spenden sammeln, oder sonst was. Wo habt ihr was aufgebaut und wie ist dieser Prozess am Laufen die ganze Zeit? Weil der Link dazu hattest du ja in deiner Bio auf Instagram gepostet. Da bin ich auch drauf gestoßen und hab das gesehen, wo ich so dachte so, hä? Seit wann? Hä? Wieso Afrika? Also Afrika hat Moscheen, also wir haben auch viele Moscheen. Ah, okay. Also, sorry. Ihr habt eine Moschee, wir dürfen jetzt keine weitere mehr bauen. Also hat Moschee und hat viele Muslimen. Und du weißt ganz genau, dass Afrika, weil du das ja gesagt hast, keine Moscheen mehr braucht. Okay. Also müssen wir dich fragen, ob Afrika noch Moscheen baut, oder wie? Oder ob die noch irgendwas Spenden brauchen. Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Ehrlich jetzt. Ich bin auch Afrikaner, ich bin Marokkaner. Und ich sage, es gibt noch viel zu wenig Moscheen in Marokko oder in anderen Ländern. So. Ich bin Marokkaner, ich war oft genug in meiner Heimat und ich kann das garantieren. Ja? Und brauchen wir dich nicht zu fragen oder sonst jemanden. Wir sehen ja in den Nachrichten oder in den Medien leider zu wenig. Aber wir bekommen ja selber mit, was in Afrika los ist. Oder in anderen Ländern, ne? Frau Christen, also was da los? Ich meine, wie kann ein YouTuber dann auf einmal sagen, okay, ich möchte Afrika retten? Oder was weiß ich. Wer redet von retten? Wer hat das gesagt? Wir haben gesagt, wir möchten Spenden und den Menschen helfen. Wer redet von retten, du Idiot? Ja. Daran sieht man, das ist lächerlich. Er kommt mir eh die Anzeige so unsympathisch rüber. Ich möchte, dass er sich einfach äußert. Äußer dich. Weil sonst bist du ein Heuchler. Du bist so ein Blender. Du verarschst deine Leute. Es ist traurig, dass Menschen ununterbrochen bei mir tot kommentiert haben, ne? Und versucht haben an einen ranzukommen. Wie viele andere leider, die danach immer wieder... Aber warte, wenn es mit Connection nicht klappt, um sich anzufreuten, dann entsteht Beef, weißt du? Und jetzt heißt es unsympathisch, okay. Aber komisch. Also ist er dir unsympathisch und deswegen bist du so drauf aus, oder? Ja, normal, normal. Wo ist das Geld und wo habt ihr was in Afrika gemacht? Und hört einfach auf, jedes Mal Afrika immer so darzustellen. Ja, Afrika dies, Afrika das, ja? Es ist so lächerlich, wie gesagt, ja? Das ist Quatsch einfach, jedes Mal Afrika klein zu machen. Und Afrika auch auszunutzen für Sachen, für Spenden, und, und, und. Zeig uns jetzt, ja, wie es dazu kam, dass du Geld erzielt hast, ne? Eingenommen hast und auf einmal ein Shisha-Café eröffnet hast. Also was ist da los? Es ist sehr, sehr... Es wird, inshallah, so Gott will, wir werden auch nach Afrika oder sonst wohin fliegen. Wir wissen noch nicht, wo alles gebaut wird, aber sobald alles fertig gebaut ist. Sobald er weiß. Hinfliegen, und ich verspreche euch, ich lege meine Hand aufs Feuer, ja? Ihr werdet ein Video sehen, wo viele wollen mitkommen, viele Jungs. Weil viele haben auch mitgespendet, ich werde mit ein Update fliegen, der wird mitkommen, der wird mitkommen. Viele werden mitkommen, weil die haben sich alle so krass auf dieses Projekt gefreut, ja? Viele haben mitgewirkt, weißt du? Ich selber lege aus meiner Tasche noch selber was drauf und runde es auf, äh, du redest von mir von 57.000, ich runde es von mir auf 60, 70, auf Wallah, das interessiert mich nicht. Ich mache es gerne für meine Religion, für mich, damit ich im nächsten Leben, weiß du, mich absichere. Ich mache es nur für mich und für Gott. Du kannst sagen, was du willst. Wir wissen, wir sind real, wir wissen, was wir machen. Ich hätte niemals, das Video wird bestimmt 23 Minuten geben, wir werden niemals was machen und solchen Menschen mir die Aufmerksamkeit geben. Genau wie dieses Riesenbibel davor. Aber wenn ich beschuldigt werde, mir sowas gesagt wird, das war für mich jetzt die heftigste Beschuldigung, Digga. Ich will jetzt einmal noch was sagen. Du kannst doch nicht sagen, dass ich 60.000 in die Tasche stecke. Die Leute aus unserer Stadt, ne, aus unserer Umgebung wissen ganz genau, was für Menschen wir sind, dass wir unseren Glauben vertreten. Das Problem ist, die wissen das halt nicht, das ist das Problem. Deswegen machen wir das. Genau. Der, der das jetzt glauben tut, glaubt. Und wenn nicht, tut es halt nicht, interessiert mich auch nicht mehr. Wir sind vor keinem Rechenschaft schuldig. Nur vor den Leuten, die gespendet haben, weil die ein Teil dazu sind. Und vor Gott. Also, nochmal ein Fazit. Wer es glaubt, glaubt es, wer nicht, der nicht. Einfach es haben und Geduld haben. Genau. Wir haben es mit Herz gemacht. Wir werden es beweisen. Es ist leider, Spenden in so einer Höhe ist nicht einfach zu vertreten oder zu verwalten. Wir sind halt in Deutschland, alles ist mit Papierkram. Aber wir werden es hinbekommen und wir sind schon sehr weit dabei. Leute, abschließende Worte. Ich bin wirklich jeden dankbar, der gespendet hat. Meine Eltern waren richtig stolz auf mich. Die kamen darauf nicht mehr klar. Die haben gesagt, ey, was ist das denn? Die Leute kamen zu mir. Ich habe mich wirklich sehr wohl dabei gefühlt, dass wir sowas geschafft haben. Es ist deswegen traurig, dass so Videos gemacht werden. Das verletzt mich wirklich sehr. Weil die Leute, die kommen, die schreiben mir, schämst du dich nicht? 60.000 in die Tasche, ich habe mich investiert. Ich fühle mich dabei schlecht, wenn ich sowas lese, weil ich mir denke, ey Leute, wir sind doch eine Community. Ich will doch nur das Beste für euch. Ich drehe Videos für euch. Ich habe eine Bar eröffnet. Wir können beisammen sein. Wir haben Spaß. Wochenende, ihr kommt alle. Ich investiere so viel Zeit. Guck mal, ich war heute von 17 bis 3 im Laden. Wir haben 5 oder so Feierabend gemacht. Ich war vorher noch unterwegs an Videos dran. Ich habe kaum scharf. Meine Augen sind kaputt. Und die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe ich spende Geld an Schiecheballen bisher. Das tut mir einfach weh. Und wie gesagt, in ein paar Monaten werdet ihr das Video sehen. Dann will ich mit einem Gesichtsausdruck sehen. Dann will ich von denen nie wieder was hören. Und inshallah, nächstes Jahr, mein Ziel sind 100.000 am Ramadan. Inshallah, 100.000. Und dann wollen wir noch krassere Sachen bauen. So, das ist unser Ziel. Das war unser Statement. Wirklich sehr, sehr unnötig. Aber es muss, weil das Video geht auf TikTok viral. Ich will nicht, dass die Leute von mir sowas denken. Weil ihr wisst auf TikTok, vor allem mein Name, wenn Leute über mich Videos posten, die gehen wirklich des Häufigeren immer wieder viral. Und es werden Gerüchte erfunden. Chats werden gefakt, wird gezeigt. Das wird gesagt. Ihr habt es alle mit dem Riesenbaby mitbekommen, was mir vorgeworfen wurde. Von Krankheiten, von irgendwie Frauen angeblich angemacht. Von das gemacht. Mein Vater werde nicht unter mir stehen. Von das. Ich wurde so schlecht dargestellt, bis ich alles bewiesen habe. Und ich hatte selber keinen Bock darauf. Letztendlich habe ich es aber getan, weil ich es musste. So, fertig. Ihr werdet alle dafür bestraft. Wisst ihr, was für eine Sünde das ist, Fitna zu machen? Hinterein zu lästern, Fitna zu machen? Hört auf damit. Hört auf damit. Wir sind nicht perfekt. Jeder macht Fehler. Ja. Aber so eine Sache ist schon sehr, sehr krass. Und wie gesagt. Hallas, das reicht. Ihr wisst am Ende. Amin. Ihr wisst was Sache ist. Das war unser kurzes Statement. Ab nächster Woche Sonntag geht es wieder los. Ja. In dem Sinne. Wenn wir schon die Geschichte angesprochen haben. Peenestraße 2 in Leverkusen, Rheindorf. Kommt gerne vorbei. Am Wochenende gibt die Post ab. Ist die Hütte voll. Freitag, Samstag, Sonntag. Halloween steht jetzt an. Kommt vorbei am Wochenende. Lasst uns Spaß haben. In dem Sinne. Und es kommen wieder coole Videos. Keine Sorge. Wir haben viel vorbereitet. Praktikumstage kommen auch noch. In dem Sinne. Macht's gut. Wir sehen uns. Träume auch rein. Ciao, ciao.